Also, während du E gedrückt hältst. Ja. So, und jetzt musst du folgendes tun. Und zwar hältst du die Gedruckt-Taste gedrückt. Ja. Und jetzt nimmst du mit R und ziehst einmal von links nach rechts. Also, so als ob du was ablegen wolltest und dann ziehst du mal rüber. Boah. Dann kannst du es aufteilen. Boah. Ach, aufteilen. Ah, okay. Naja, bringt mir jetzt nicht so viel. Warte, gab's da. Du konntest doch, das gab es schon vorher. Du musstest einfach nur die rechte Maustaste klicken. Nein, nein, nein. Jetzt kannst du es auf mehrere Stellen verteilen. Oh, ich hab hier Samen gefunden. Ja, gib her. Ja, wirf sie jetzt, Wasser. Ja, hab ich doch gemacht. Ja, du hast sie gefunden. Du hast dieses Feld kaputt getrampelt und dann, naja. Ach, übrigens könntest du die Treppe vielleicht nach hier verschieben? Nach da, wo das Holz ist. Ja. Wäre ein bisschen besser. So, ähm, ja. Jetzt bräuchten wir halt wieder ein bisschen Samen. Ah ja, hier ist deine Schaufel wieder. Ach ja, danke. Habe ich die da hingeschmissen. Oh, wow. Hier sind zwei Samen. Sehr viel von übrig. Ja, pflanz ein. Äh, hier. Ja. Hier pflanzt die einfach ein. Irgendwo. So, äh, wo sind wir denn jetzt? Braucht man ja neuerdings mehr Bonemeal, ne? Das ist voll scheiße. Ja. Ach ja, nicht mit dem Schwert. Ich hol mir jetzt ein paar Samen. So. Hä, hä, hat Samen gesagt? Hä, hä, hä. Witzig. Kommt her, ihr Samen. Tü, 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 tü. Unser Feld wächst. Ja, langsam, aber sicher. Genau. Okay, dann verlege ich jetzt unsere coole Treppe. Puh. Auf Samen in die Arzt. Ich hoffe, dass es Nacht ist und es hier ziemlich dunkel und wüster ist. Hoffentlich kommt jetzt kein Creeper oder so. Na, ne, nur ein Schleim. Ja, es kann doch gar kein Creeper kommen. Ich hab noch für mein geiles... Bin doch grad ganz woanders, du. Ja, den Schleim mach ich noch fertig. Komm her. Komm her, du Schleimyboy. Ich brauch die Schaufel wieder. Ja, jetzt geht's grad nicht. Ich bin grad mit nem epischen Schleimfight. Ein Schlumpfight? Team Steve gegen Team... Ein Schlumpfight. Schleimfight. Ich hab doch gesagt, ein Schlumpfight. Hast du noch Fackeln? Ich hab jetzt gar keine dabei. Sonst wär ich in die Höhle hier reingegangen. Ja. 17 Stück. Ja gut, dann geh ich mal kurz in die Höhle und suchen ein bisschen neues Eisen. Wir haben ja kommen noch was. Wer hat gesagt, dass ich dir die gebe? Gibst du sie mir bitte? 5 Euro. Witzig! Nein, du kriegst die restlichen, wenn ich das Haus beleuchtet habe. Und von außen, weil wir müssen es ja auch von außen so ein bisschen beleuchten. Ja. Wir wollen ja keine Creepigen Creeper? Creepige Creeper. Weißt du was dagegen, wenn ich Creepige Creeper sage? Nein, abgesehen davon, dass du es von mir hast. Gar nicht wahr, was du schlapperst. Ich hab das am Anfang von irgendeiner Folge gesagt. Ich weiß ja jetzt nicht, wie viele Folgen das jetzt her ist, aber ich hab das gesagt. Vor dir. Dieser hier. Nein, das ist doch... Direkt am Anfang, ich zeige euch mal an Anfang. Dann, das ist schon eine andere Folge. Aufnahme. So, es sind noch 7 übrig. Naja, die reichen jetzt nicht unbedingt. Ich mach mir gleich noch ein paar neue. Aber gib her. Du musst dir diesen Mod holen, wo Fackeln sogar Licht geben, selbst wenn du sie wegschmeißt. Ja, ja, hol ich mit demnächst. So, ich mach mir jetzt selber noch ein paar Fackeln. Und den Weg mach den nochmal zum Holz hin, das wär super. Ach nee, das ist meinst du wohl, was ich vorhabe. So. Ey, hast du was dagegen, wenn du mir deine Aufnahmen schickst, dann kann ich die auf meinem Kanal auch hochladen. Ne, es geht nicht, weil es ja komplett das gleiche Video ist. Ja, und? Es geht nicht, man kann das gleiche Video nicht hochladen, das verbietet YouTube. Ach so, schade. Na, dann nicht. Ich glaube, ich brauch den, dass ich die Boppel gepolt habe. Ich glaube, ich brauch den, dass ich ne neue Truhe. Oh, ach ja, ein Wasserhainer brauch ich's auch nicht unbedingt. So, dann geh ich mal auf Dungeon-Tour und so. Genau, find uns ein bisschen Ohr. Ja, vielleicht find ich ja einen Diamanten. Habt ihr gehört, er soll Ohr finden? Er soll ein Ohr finden. Mann, bist du witzig heute, Björn. Ja. So witzig. Ja, Benni. So witzig bin ich heute. Ja. Ähm, vielleicht soll ich mir noch ne Eisenspitzhacke machen, falls ich irgendwas Tolles finde. Ja, kannst meine haben, ich brauch meine nicht. Ah, okay, cool. Die ist noch so gut wie heile. Okay, dann schmeiß rüber. Da hab ich sie dir hingeschmissen. Die ist Stein. Nein, das ist keine Eisenspitzhacke. Oh, ja, dann vergiss es. Kannst du behalten. B-Klasse-Ware, ne? Ja, ich will nur A-Klasse. Das war ja wieder klar. Hier, unser Schnöselpumpösel. Schnöselpumpösel? Mach mir gleich mal ne Schaufel, wenn du dabei bist. Okay. Ich hatte doch noch einen, ach egal. Ja, gleich ist unser Eisen alle. Naja. Ja, wir sind voll verschwenderisch. Ja, das sind wir. So. Ich glaube, in 5 Minuten machen wir Aufnahmestopp. Hier hast du ne brandneue Schaufel. Oh, nö, ich will noch weiter aufnehmen. Lass uns noch weiter aufnehmen. Nene. Ich pack mal meine Äxte weg. Ich glaube, ich brauch die im Dungeon nicht unbedingt. Ich will, dass wir weiter aufnehmen. Das macht gerade so viel Spaß. Ja, ich kann aber nicht mehr so lange. Sorry. Ja, so lange wie du kannst. Nehmen wir auf. Ja, ja. Bis sich irgendjemand beschwert. Äh, ich will nicht mehr. Das ist Scheiße. Was ist los? Ich will nicht mehr. Das ist Scheiße. Ich hab's immer noch nicht verstanden. Hab ich das verstanden? Hä, wo war denn der Dungeon jetzt? Der war doch hier irgendwo. Irgendwo hier war doch... Ja, und seine Dungeons. Ich hätte immer diese Dungeons finden. Überhaupt so interessant. Ja, ich hab den hier irgendwo gesehen. Aber ich find den jetzt nicht mehr. Oh. Vorsicht, creepiger Creeper hinter dir. Nein, hinter mir ist ein Zombie. Ach da. Hab ihn gefunden. Kann ich aufhören zu hüpfen? Auf zu hüpfen. Ah, okay. Okay, dann geh ich mal in den dunklen Teil der Welt. Los. Geh in das Loch zurück, aus dem du geborenst. Boah. Das war ja mal eine geile Dungeon-Tour. Fertig. Sackgasse. Und was gefunden? Hab doch gesagt, Sackgasse. War nichts drin. Hier hab ich doch mal das ganze Eisen gefunden. Ach so. Ja, wir müssen in den anderen Dungeon, wenn ich einen finde. Ich lauf hier mal ums Haus rum. Vielleicht find ich ja was Schönes. Ich hab hier Stein. Braust du Stein? Nee, grad nicht. Ja, was baue ich denn jetzt mal Schönes? Ich könnte mal wieder ein paar Bäume abholzen. Nee, ich glaub ich brauch gerade keine Bäumse. Ähm, ja. Vielleicht ist ja hier irgendwo ein kleiner Dungeon. Ich wege jetzt in einen Dungeon. Ist das hier einer? Nee, ist ein Se. Meinst du, eine Miene? Was? Dungeons gibt's ja nicht. Es gibt ja nur Mienen. Weißt du, was ich mein? Oh, das ist ein Skelett. Komm her. Weißt du, vielleicht sollten wir doch was in den Graben schmeißen. Dann schwimmen die da drin und können sich nicht verteidigen und nicht so gut angreifen. Weißt du? Ja. Ich glaube Monster sterben im Wasser. Hier sind ganz viele Kühe, die können wir dann locken. Aber ich brauch weiter. Oh, wo bist du, wo bist du, wo bist du? Keine Ahnung. Es regnet schon wieder. X74Z 126. Ach, da ist eine Miene. Okay, da gehe ich jetzt rein. Oh, warum setze ich den da hin? Vielleicht solltest du mal in die Wüste gehen. Vielleicht findest du da ja was. Ich habe schon was gefunden. Ein bisschen Kohle. Oh, habt ihr gehört, ihr habt Geld gefunden. Ja. Ja, hier werde ich jetzt erstmal reingehen in die kleine Mine hier. Boah, ich will ja nicht eine Diamantspitzhacke, ganz ehrlich. Wieso? Weil es damit schneller geht. Achso, du willst einen. Ich habe verstanden, du willst keine. Achso, nein. Wer will denn keine? Äh, wer will denn nicht eine? Ja, wer will denn nicht sein? Weiß es leider nicht nicht. Warum gehst du nur raus? Ich backe schon wieder. Oh. Ich habe gerade ein Block gesetzt und habe ihn wiederbekommen. Tja, passiert mir auch manchmal. Ohu, Eisen, yippie, yippie, jay, jay. Oh. Ah. Acht Stück, das ist doch schon mal... Komm, ich mach jetzt unbezahlte. Ja, ich trinke Cola. Komm, Cola. Kaufen Sie Cola. Jetzt neu in Ihrem... Ah, komm schon, wie klein sind denn diese Minen? Kann ich meine Facken auch wieder? Ach, egal, vielleicht gehe ich hier nochmal hin. Mano. Was für ein Klo? Mano, nicht Klo. Hast du schon ein bisschen Weizen? Gib das mal her, wenn ja. Wo bist du? Äh, suche über... Ah, ich seh dich. Lauf auf mich zu. Ich dich auch. Äh, nee, ich seh das Haus, aber dich nicht. Ich steh links daneben. Guckst mich geradezu erbitterlich an. Ach, da. Seht ihr, seht ihr den kleinen Kopf da an der Ecke? Da hüpft er. Da hüpft er, der Kleine. Wer ist klein hier, hä? Was willst du, Junge? Willst du schlecke? Ich brenne mal das Eisen. Gib her, ich mach das und du kriegst den Weizen. Nein, ich mach das schon. Weißt du, wir schubsen die Tiere einfach in den Graben rein. Dann hauen sie sowieso nicht ab. Ja, willst du das Weizen jetzt haben, oder nicht? Ja, 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 gib her, gib her. Warte, hier kriegst du es. Ich habe vier. Eins, zwei, drei, vier. Warum? Ach da, ich dachte, ich kann es nicht aufheben. Äh. Pack mich doch nicht ein. Wo warst du in meinen Bauarbeiten einfach drin? Das ist alles. Ach, da ist der Eingang. So. Wir müssen auf jeder Seite auf jeden Fall eine unbezahlte Brücke bauen. Ja. Ich habe wirklich gerade unbezahlte Brücke gesagt. Unbezahlte Brücke. Wirklich unbezahlbar. Ich krieg schon wieder eine Nachricht auf Skype. Ist immer das Gleiche. Ach ja, ich wollte ja die Küchen locken. So, aber jetzt habe ich leider keine Zeit mehr. Das heißt, ich muss leider einen Aufnahmestopp machen. Und wir sehen uns. Nein, musst du nicht. Doch, ich habe keine Zeit mehr, aber tut mir leid. Wieso hast du keine Zeit mehr? Weil ich jetzt was machen muss. Und das ist ins Bett gehen, oder was? Nein. Sondern? Was geht dich mein Privatleben an? So, also wir sehen uns das nächste Mal wieder. Wenn es heißt, let's heul your first king big bro. Ähm, nein. Nein. Let's survive your first king big bro. Let's survive Minecraft. Ähm, bis dann. Euer super linker OP. Genau, bros und brosinen. Euer first king big bro. Genau, und euer first king big bro. Tschüss.